Okay, wie könnte ich dem jetzt eins ausfüschen? Anleitung. Ich bin der Angriff, Abwehr oder Schildschuss mit einem bestimmten Reihenfolgen im Mineral zu besiegen. Schildschuss. Okay, und draufhauen. Und dann Schildschuss. Zack. Voll aufs Auge. Ja! Und Schildschuss. Wieder aufs andere Auge. Zack. Blind. Gut. Dann. Fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren wir über den See. Ich drück noch mal hier drauf und dann nehme ich den Frosch weg. Wo ist die Schnelle ohne? Sie kann es unmöglich öffnen. Tschüss, Frosch. Okay, ich gehe zum See, um, heißen. We are glad that the Raven could deliver our little gift. Go to Merlin. He lives just across the bridge. Maybe he has something we can use to fight the Queen. But be prepared. He will test you. Okay, ich bereite mich darauf vor, dass er mich testen wird. Ich muss bestimmt irgendwas aus dem Stein ziehen, oder? Der Decker wurde fest zugenagelt. Wie komme ich hier raus? Da. Ein Bimmel. Würde ich sagen. Na komm. Irgendwie brauchen wir das zu lange teilweise. Aber, okay, ähm. Danke für die Fehler. Es war sogar die Fehler, die ich brauche. Okay, ich brauche ein Wappenteil. Eine Libelle vielleicht? Ja. Oder das Adler. So, Libelle. Okay. Ein Hutfeisen, nicht hier. Der Eispickel liegt hier. Oh, hier ist er was zu machen. Ausziehen. Das ist der Eispickel. Ein alter Vase. Wo ist der Ase? Ja, du bist ein Korb. Du bist ein alter Vase. Hier ist irgendwas noch im Weg. Wie gut? Ein Schlüssel. Ein Holzbogen. Ein alter Schwert. Und ein Vorhängeschloss. Schalala und Habs, das war wieder ein Limmel-Spiel. Und, äh... Zu langsam bin ich mir wieder, aber... Ich habe ein Wappenteil. Und hier ist irgendwo noch vor dem Haus ein Puzzleteil oder sowas. Eine Figur der Puzzleteil. Und bevor ich das nicht sehe, komme ich erst mal nicht weiter. So, ich gehe doch weiter und hoffe, dass ich wieder zurückkehre. Da ist Puzzleteil, okay. Okay, das war alles, okay. Dann kann ich ja jetzt hier nochmal kurz hochgehen, ob ich es zum Schrauben oder Eispickel... Ich komme jetzt aber mehr da ran. Gut, dann lass uns was nochmal entgegen. Okay, Puzzleteil-Master habe ich schon mal gekriegt und jetzt muss ich irgendwie noch eine Figur anstehen. Auf jeden Fall ist hier dieses Wappen, die nächste Wappenteil. Was ist hier drin? Hier ist verschlossen. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Da ist eine Figur. Aber wo ist der Schlüssel? Noch zwei Figuren. Wir gehen hier an den Zimende. Das sind aber ein paar Dornen, die tun echt weh. Okay. Da steckt hier für eine Rindel fest. Okay, ich brauche Samen. Ich brauche hier überall irgendwas gegen die Dornen, ne? Dann war ich gar nicht. Dann war ich gar nicht. Geht es hier aber irgendwie weiter? Oder ist das einfach nur so ein Eckzeitgasse hier? Gehen wir wieder zum See? Okay, hey. Das ist schön, dass er da... Oh, ich brauche hier Nähzeug. Wofür brauche ich denn Nähzeug? Madel und Farbe. Meispickel ist natürlich im dritten Teil Nadel und Farbe. Hier habe ich nur das komischste hier. Du hast auch nicht kein Dach in der Kleidung. Vor dem Haus. Vor dem Haus. Da kenne ich mich aus. An das Schloss komme ich mit Nadel und Farbe nicht an. Mit dem... Eispickel bestimmt auch nicht. Und hier mit dem Eispickel durch. Aber hier bestimmt auch. Das war hier. Hier, Nadel und Fahnen. Nee, bei Eispickel kann ich hier noch, ne? Jawohl, ja. Vollsmedaillung. Spitze, aber ich komme trotzdem nicht weiter. Das sind Dornen, die tun echt weh. Vollsmedaillung. Okay, gibt es hier irgendwo... Irgendwas, was ich übersehen tue? Oh, Alter, ich gehe zurück. Irgendwas, was ich übersehen. So, hier. Hier irgendwo hast du gesehen. Da kommt das Holzmelen oben drauf. Das war alles, was ich gesehen habe. Da kriege ich in Handschuhe. Aufwendiger Prozent. Kann ich reparieren, weil ich habe ja Nadel und Fahnen. Ja, dankeschön. Ich kann mir jetzt aufs Dornen umstellen. Ich kann den hier beiseite. Zack, weg. Au, ab. Geh weg. Dankeschön. Ein Bimmelbild. Ja, habe ich einfach. Okay, ein Farbpinsel. Die Schere ist unvollständig. Ja. Ach, guck mal, hier, das ist wo man da muss draufziehen. Jetzt kann ich graben. Ne, ich habe das gefunden. Okay, eine Schaufel. Ein Schwert, ein Hammer, auch ein Schwert. Stock. Ein Regenschirm. Äh, ist unvollständig. Ja. Die Schere ist fertig. Du bist jetzt wieder im Schwert, kommen wir zum Schwert. Zum Schwert. Jetzt ist es fertig. Ich habe die Sicherung auch nur. Ich brauche eine Kette und ein Rohr. Das nenne ich Rohr? Ne, das nenne ich nicht Rohr, aber das... Rohr. Ein grünes Maragd. Ein Kette. Ein... Pfeife ist kein Rohr. Pfeife ist das nicht Rohr. So, Pinsel. Äh, Bügelsägel. Du musst ein Bügelsägel. Also, ich lasse es mal durchgehen. Das Bügelsägel. Und da ist ein goldener Schmitte. Das heißt, ich erhalte jetzt als Dank für meine Mühlen einen Hammer. Und das ist der Hammer. So, hier kannst du auch mal mit deinen Dornen nicht verabschieden. Und ich hole mir ein Stück Monon. Oh, hat er ihn hier noch einen Sparfen? Nein, aber eine Wasserflasche. Hat er hier noch einen Sparfen? Hammer? Hammer? War ein Pfeife, Jack. Ich kann... Natürlich kann ich beim Hammer auch die Mühlen ziehen, weil ich sie ja im Zugknabber habe. So, Tür auf. Merlin, lass mal gucken, wie du wohnst. Finde ein Versteck. Finde einen Weg nach oben. Oh, kriege ich hin. Guck mal, die Uhr. Die Uhrzeiger sind weg. Dafür habe ich eine Tür. Ich finde nur den Griff. Guck mal, die. Katze. So, vier von denen noch. Ja, da kannst du schon mal ran. Ich habe mal was auf dem Tisch hier liegt. Ach, da komm mal, ein paar mich. Da nehme ich doch meine Kraft hier mit. Dann eine Garnrolle. Oder auch nicht. Was soll ich jetzt dann? So, ich habe auch gut gemacht. Tierservice. Ach so, alles was ich finde, muss ich dann... Ja, hier ist eine Nadel. Kaffee. Okay, hier ist noch mal Wasser. Ich baue mir echt einen Tiersalger hier zusammen. Mit auch mit einer großen Karne. Das ist eine Bier, eine Kartoffel. Mehr. Okay, ich brauche Kirschen. Das sind keine Kirschen. Und wenn doch, dann beschwere ich mich. Äh, Kirschen. Kirschen, Kirschen, Kirschen. Brot. Apfel. Das Teaser ist schon fertig. Ist es schon fertig. Juhu. Dafür kriege ich das Gemäldeeinsatz. Einen Goldschlüssel brauchen wir. Kirschen. Wechsel anscheinend. Garnenrolle und Teigrolle. Die letzten beiden waren verkehrt rum. Bei der Teigrolle. Habt ihr ja gesehen. Ich kratze mich kurz am Kopf und wundere mich echt, warum das so lange braucht. Neutla. Hier fehlen immer noch die Zeiger. Hier ist ein Wappenbild. Dann wappne ich mich doch mal und fülle es auf, was ich weg. Und das war's wahrscheinlich. Ich kann jetzt dieses Spiel spielen. Und zwar wähle einen Teil jedes Satzes so, dass sie zum Rand des Wappens passen. Was? Hä, gibt es hier kleine Unterschiede? Okay, ich muss eine ohne Zunge haben und mit mehr Fügel. Ein Einhorn. Mit einem kompletten Satz. Also nur noch die beiden. Und hier ist der Unterschied das Hahn der sieht. Ah, das, das, das Horn ist anders. So. So, jetzt haben wir hier echt wenig Unterschiede. Das fällt schon mal aus. Und das fällt auch. Also muss das sein. Okay, ich gebe zu, der erste war Zufall. Der Rest war erkannt. Und das ist alles gut. Und dafür kriege ich jetzt diese Tür auf, denn ich habe dieses letzte Türkachel, die es bekommen hat. Tür ist offen. Ich klicke den hier nochmal an, weil ich nicht weiß, warum der hier hängt. Die Bilder sind in Ordnung. Hier ist das mit der Urheil. Hier ist nochmal eine Anker. Und hier sieht es aus, als wir da was fehlen. Aber das sieht auch hier aus. Und hier vorne ist auch noch was kaputt. Aber das macht nichts. Hier ist ein Seil. Das hängt doch schön. Oh, ich stoppe! Achievement. Hier sitzt du da in das Herz. Oh, ich habe company. Brave adventurer. Ich bin der Great Cuckoo, der Guardian der Wand. Und du kannst nicht touchen. Merlin himself told me to... Ah! No! Es ist weg. Wenn Merlin learns, dass ich das größte Weapon in der Welt verloren habe, he will... He will pluck my feathers. Or even worse, turn me into a human. No offense. Oh, please stay. You are the first soul I've seen in five Mahons. Ich bin der erste Mensch seit fünf Monaten und der hier aufgetaucht ist. Und werde gleich beschimpft als Mensch. Und muss jetzt den Stab finden. Hi. Ähm... Schön, dass ich hier bin. Meine beschlossen drei Niere Einsparung. Äh, Einsparung. Nicht Aussparung. Den finde ich hübsch. Was ist hier? Hier muss ich wahrscheinlich noch mehr Sachen finden. Okay. Ähm... Ich bin der Great Cuckoo, der Guardian der Wand. So, jetzt kommt hier das Vieh wieder. Es ist noch ein Vieh unterwegs. Und ich gucke mir an, was hier drin steht. Ich kenne dieses Rezept. Es ist ein Rezept für ein sehr starkes Unkrautvernichtungsmittel. Damit wird man hartnäckige Kram los. Oh, ein Schluss. Ein Sonnenschluss. Und nochmal dieses Ding hier. Damit habe ich den schon mal voll. Was haben wir hier? Hier haben wir noch... Haha, das habe ich noch vorhin schon gesehen. Noch einen Schlüssel. Sternenschlüssel. Sonnenschlüssel, Sternenschlüssel. Ich brauche noch einen Mondschlüssel. Ich kriege aber eine Minze. Und einen Zeiger. Und einen Brief. Brief kriege ich nicht. Aber hier kriegt noch irgendwas. Eine Schale. Schönen Merlin erstmal sein Schlafzimmer ausgewandt. Und wieder als oberstes Stopp. Da würde ich gar nicht ändern. Ich will hier nochmal was weiterkommen. Da brauche ich die 6 Münzen. Hier hängen nochmal was rum. Ist alles abgesahnt? Gut. Ist auch alles abgesahnt. Dann gehe ich nochmal hier hin und mache das Feld voll. Zack. Druck. Und das Spiel lautet... Verwende die Knöpfe auf beiden Seiten des Bildes. Um die hervorkommenden Teile auf ihre Ursprungsposition zu setzen. Alter. Oh, Alter. Das wollte ich gar nicht. Nein. 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 Oh ja. Danke schön. Und du. Na, geil. Einzigen, den er bewegt, den ist leider nicht gut. Das ist schön. Tadaa. So. Ähm. Was passiert jetzt? Nichts. Doch. Ähm. Und deswegen war seit 5 Monaten niemand da, weil jeder da reinkommt einfach durch das Bild. Irgendwo anders hin gezogen wird. Woher dann? In einem Gemälde gefangen wurde. Ab bitte. Und ich nehme einfach den nächsten Uhrzeiger mit und... Ich wundere mich, dass ich hier noch nicht mehr Homie habe. Wie zum Beispiel eine Münze, die ich außerhalb des Bildes brauche. Die aber im Bild gefangen ist. Und deswegen klinge ich auf das rostige Zahnrad. Den verrotteten Apfel. Ähm. Was war denn? Der ist verrottet. Äh. Ähm. Metallfeder. Schrift. Weg. Teilspitzen. Ja. Ja. Ähm. Das habe ich jetzt einfach mal so angeklickt. Hier ist nochmal was. Das letzte ist leer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Eier blühen sein soll. Eier! Wir brauchen Eier! zwei Stück. Komm, jetzt noch mit. Komm. Kompass. Heizkette. Ich wollte eine Schriftwolle haben. Da! Ah, einen Nasen. Lass dich durchgehen, ja? Begräte. Begräte. Begräte ist grad verschwunden. Okay, dann mach ich die Steinkacheln und dann gehe ich zur Greite. Dankeschön, dafür kriege ich doch bestimmt, äh, Zeugs.